In einem vorherigen Video habe ich diese Aufgabe hier, in der es um die Parallelschaltung von zwei realen Spulen geht und die mir ein Student mal per E-Mail zugeschickt hat, vielen Dank nochmal dafür, schon mal per Hand gerechnet. Und was ich in diesem Video hier gerne machen würde, ist das gleiche nochmal in LTSpice zu machen, beziehungsweise in LTSpice eine kleine Probe zu machen. Also nochmal hier kurzer Blick auf die Schaltung. Man hatte hier eben zwei Spulen, die jeweils aus einer Induktivität mit einem Reihenwiderstand bestanden, in dem Reihenwiderstand, in dem verstecken sich eben die Kupferverluste, sozusagen der Draht, aus dem die Spule gewickelt ist. Und dann waren hier ein paar Werte für Strom und Spannung gegeben, aus denen sollte man dann jeweils die Werte von R und L ausrechnen und dann sowas wie Betrag und Phasenlage von den Strömen, beziehungsweise die Phasenlagen, die Beträge von den Strömen mal gegeben, das hier so als Zeitfunktion hinschreiben. Und das, was ich jetzt mal in diesem Video machen will, zeigen will, ist, wie man eine kleine Probe in LTSpice machen könnte, in der dann im Idealfall genau das hier wieder rauskommt. Also brauchen wir auf jeden Fall LTSpice. Ich ziehe mir das hier mal so hier oben hin, klicke mal auf Neue Schaltung und versuche das mal so ein bisschen nachzubauen. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Spannungsquelle. Die gibt es hier unter Component und Voltage. Die baue ich mir auf die linke Seite. Und dann brauche ich eben zwei Widerstände, so wie in der Schaltung R1 und R2. Die baue ich hier so nebeneinander hin und zwei Induktivitäten L1 und L2. Und vorbereite das erstmal alles miteinander. Hier außen die Masche ringsherum, da sieht man immer, wenn man die Drähte an die Bauelemente anschließt, verschwinden diese Lötpads. Und da wo man jetzt Knotenpunkte baut, entstehen auch Knotenpunkte. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Bezugsknoten als Masseknoten, als Referenz für die hier im Hintergrund stattfindende Knotenspannungsanalyse beziehungsweise modifizierte Knotenspannungsanalyse. Und all diese Widerstände und Bauelemente und so, die brauchen natürlich noch Werte. Also die Widerstände kann man hier oben lesen. Das sollten 10 Ohm und 20 Drittel Ohm sein. Die kann ich hier auch so direkt als 20 durch 3 eingeben mit entsprechenden geschweiften Klammern ringsherum. Dann sagt das LTSpice hier, guck mal, das ist eine Formel, die musst du erstmal ausrechnen. Und die Werte der Induktivitäten, die hatte ich hier auch hingeschrieben. Die hole ich mir jetzt nochmal kurz aus meiner Oktavzahlenrechnung. Also hier, das war der Wert von L1 in Millihenri 55,133. Mit einem M dahinter für Milli und dann ist hier noch ein Serienwiderstand von 1 Milliohm eingestellt. Den stelle ich mal händisch auf 0, wobei ich jetzt denke, dass der gegenüber den 10 Ohm hier keinen großen Einfluss haben sollte. Und ja, das gleiche mache ich mal für L2. Das waren hier die 23,235 Millihenri. Auch hier setze ich den Serienwiderstand auf 0. So, und dann möchte ich jetzt eigentlich nur den Zeitverlauf dieser Spannungsquelle hier vorgeben. Die Frequenz war ein 50 Hertz. Spannung hatte diesen Effektivwert. Mal Wurzel 2 kommt da ein Spitzenwert raus. Ich werde das jetzt aber eher mit sozusagen den Effektivwerten simulieren. Einfach, weil man das dann wieder besser ablesen kann, was hier passiert. Und weil mir Leistungen egal sind. Hier ist keine Leistung gefragt in der Aufgabe. Also kann man das alles einfach um diesen Faktor Wurzel 2 runterskalieren. Geht mir eher um die Phasenwinkel und um die Beträge dieser Ströme, dass die denn so passen. Also gehen wir mal hier auf die Spannungsquelle drauf mit der anderen Maustaste. Und können hier unter Advanced eben Functions, Zeitfunktionen einstellen. Und wir brauchen jetzt Amplitude 12 Volt, Frequenz 50 Hertz. Kein Phasenwinkel. Mal gucken, das sollte jetzt eine Sinusfunktion sein. Genau, so wie wir das hier auch eingestellt haben als Sinusfunktion. Klicke ich mal auf OK. Erscheinen ja auch die Werte. Und damit kann ich eigentlich schon auch auf Simulieren klicken. Und möchte jetzt auch transient im Zeitbereich simulieren, um das hier auszuprobieren. Ja, man könnte das natürlich rein prinzipiell auch im Frequenzbereich simulieren, um hier diese Zeigerbildgeschichte zu machen und tatsächlich mit komplexen Zeigern rechnen. Ich möchte jetzt mal hier Aufgabenteil D hier unten ausprobieren, den, wo es wirklich um die Spannungs- und Stromzeitfunktion geht. So, und ich stelle mal als Stoppzeit ein 200 Millisekunden. Warum? Naja, bei 50 Hertz haben wir 20 Millisekunden Periodendauer. Und ich erwarte, dass das hier so ein ganz bisschen braucht, um einzuschwingen. Und ich würde schon gern so ein paar Perioden sehen. Wobei eigentlich würde auch eine Periode reichen. Also stellen wir mal ein, zum Beispiel 120 Millisekunden. Ja, und Time to start saving data 100 Millisekunden. Also der Simulator simuliert dann erstmal fünf Perioden durch. Dann kann sich das so langsam einschwingen. Und die letzten 20 Millisekunden, die speichern wir dann nur ab. Okay, so, und dann simuliert er schon. Und jetzt können wir erstmal unsere Spannung hier monitoren. Hier oben die Spannung am Knoten 1. Und dann sehen wir, das sollte eine schöne sinusförmige Spannung sein. Eben mit 12 Volt Amplitude. Prinzip genauso, wie das jetzt hier drüben eingezeichnet ist. Bloß, dass hier noch das mal Wurzel 2 gerechnet ist. So, das passt schon mal. Ich benenne mal diesen Knoten hier oben vielleicht noch fest um in UQ. So, dass der hier einen festen Namen hat. Schließt das mal noch mit an. Macht es mit der Space-Taste ein bisschen größer. Kann wahrscheinlich das ganze Fensterchen hier mal ein bisschen was größer ziehen. und simuliere mal nochmal. Jetzt muss ich das nochmal weglöschen. Also, es geht hier um die Spannung an diesem Knoten. Die Spannung UQ. Das ist genau diese sinusförmige Spannung hier drüben. Das passt. So, dann können wir als nächstes mal ausprobieren und prüfen, ob das hier auch für diese beiden Ströme funktioniert. I1 und I2. Also, da sollte rauskommen 0,6 Ampere und 1,2 Ampere als Amplitude und dann eben Phasenwinkel, sodass dieser erste Nulldurchgang praktisch nach hier rüber verschoben ist. Also, schauen wir mal den Strom I1. Der funktioniert auf jeden Fall schon mal mit 600 Milliampere Amplitude. Der Strom I2 ist genau doppelt so groß. Der hat 1,2 Ampere Amplitude und jetzt, ja, okay, jetzt habe ich mich gerade vertan in der Interpretation. Na klar, also wenn hier ein Minus steht, ja, in Induktivitäten Ströme sich verspäten. Klar, das Minus heißt ja, dass das nach rechts auf der Zeitachse verschoben ist und zwar eben um 60 Grad. So, jetzt ist unsere Zeitachse hier unten aber eben leider in Millisekunden skaliert und nicht in Grad. Also, wir können hier mal so einen Cursor draufpacken, zum Beispiel auf den Strom I1. Dann gibt es ja auch so eine Zeit- oder so eine Anzeige und ich kann mal versuchen, den Cursor genau dahin zu schicken, wo der Strom gerade ganz klein ist, relativ nah an Null ist. Das sind 3,36 Millisekunden. So, und die 3,36 Millisekunden, also hier ist der Strom dann schon negativ, wahrscheinlich sind das eher sowas wie 3,33 Millisekunden. Die müsste ich jetzt eben beziehen auf 20 Millisekunden und das mal 360 Grad rechnen, dann sollten da eigentlich genau 60 Grad rauskommen. Das kann ich ja mal in Octave ausprobieren. Also, ich mache mal das Fenster ein bisschen kleiner, also ich nehme mal diese 3,36 Millisekunden und teile die durch 20 Millisekunden und rechne das mal 360. Ja, also die Zeit hier durch die Periodendauer mal 360 Grad, das sollten ungefähr 60 Grad ergeben, kommt auch raus. Ja, also wenn man 3,33 rechnet, funktioniert das wahrscheinlich besser. Genau, so, also das passt. Das gleiche können wir jetzt auch mal für diesen Strom hier ausprobieren, auch hier mit dem Cursor ungefähr den Nulldurchgang suchen. Der ist hier bei 2,46, 64 Millisekunden. Auch die packe ich mal in Octave rein durch 20 mal 360. Da sollten jetzt, wenn ich das ausführe, genau diese 48,2 Grad rauskommen, sind eher 47,5, was jetzt meines Erachtens daran liegt, dass wir hier nicht so super gut die Nulldurchgang erwischt haben. Ja, das müsste eigentlich eher ein bisschen was größer sein. Also ich müsste den Cursor, der müsste ein bisschen weiter da sein, aber da ist eben kein Punkt. Also wahrscheinlich würde es helfen, wenn ich das hier mit ein bisschen kleineren Schritten simulieren würde. Aber ungefähr passt das schon zu diesen Zahlenwerten, die hier drüben rauskommen. Also sowohl vom Betrag als auch vom Phasenwinkel her. Und jetzt kann ich als letztes mir noch hier den Gesamtstrom plotten. Das ist dieser hier, der durch die Spannungsquelle durchfließt. Da sieht man hier mit dieser kleinen Stromzange, zeigt er nach unten. Ich möchte ihn aber eigentlich nach oben fließend haben. Also gehe ich mal hier rein in das Fensterchen und packe mir noch ein Minus davor, sodass der Strom eben in die andere Richtung zeigt. Und der sollte jetzt als Maximalamplitude ungefähr 1,8 Ampere haben und ein Phasenwinkel von minus 52 Grad. Also packen wir auch hier mal einen Cursor drauf, suchen mal das Maximum, was ungefähr hier oben ist. Das sind 1,79 Ampere. Wie man hier sieht, das passt ganz gut. Und wenn ich hier den ersten Nulldurchgang suche, der ist ungefähr hier, dann sind das 2,88 Millisekunden. Auch den Wert kopiere ich mal und füge den in Octave ein. Das Ganze durch die Periode auch von 20 Millisekunden mal 360 Grad sollten jetzt ungefähr 52 Grad ergeben. Und das funktioniert auch. Also das, was hier ich mal von Hand ausgerechnet habe, das bildet auch tatsächlich sehr gut das Verhalten dieser Schaltung ab, wie diese kleine transiente Simulation hier im Zeitbereich im Netzwerksimulator AT Spice zeigt.